Ich glaub den letzten, den ich beim Dschungelcamp kannte, der war eine kleine Dicke. Und das war nur der Moderator. So spricht man nicht mit Tod immer, Alex. Was? Na groß und dick kann ich nicht sagen, aber groß war er nicht. Wie lange ist der schon tot? Oh, jetzt schon eine Weile. Du schaust doch Dschungelcamp, du solltest das wissen. Ja, aber ich hätte ja sein können, dass du weißt, in welchem Jahr er gestorben ist. Auf keine Art. Ich weiß, dass er... Ach so, jetzt glaub zwei, drei Jahre ist es. Was mach ich denn? Ich bin Jungler, ne? Ja, ich bin Jungler. Ich kann die Wand auf euch auf der Porte legen. Hansi, mich brauchst du nicht denken, wir schaffen das alleine. Ja, ich. Hansi, geh mal gleich in den Busch oder machen wir den First Blood. Ja. Jetzt helfst du mir aus. Oder entwaden wir in den Jungle. Ja, das ist in Wade. Bin Wade. Aber warte, ne, warte Hansi, weil ich muss erstmal meine Fähigkeiten durchlesen. Ich behaupte mal, dass ihr ne Trash-MF-Lane nicht auf Level 1 killen könnt. Vielleicht dir mal von meinem ersten Bart-Game erzählen. Ja, ich hab ja letztes Video im Rank, da hab ich alleine gespielt. Oh. Ich hab ja letzte Saison immer Support gespielt. Woa, 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 scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab ja letzte Saison immer Support gespielt und hab ich mal Bart gekauft im Rank, einfach mal gepickt. S-Plus bekommen. Ja, nein. Ich bin beim ersten Game. Nepp. Hehehe. Sind die noch da, oder kann ich da wieder hingehen? Weißt du? Ja, wissen wir nicht. Ich hab jetzt eine, die da reinläuft. Hehehe. Da ist keiner mehr da. Da sind sie hinweg. Wir können schon mal anfangen. Wollte man einen jetzt fängt. Ja, ich bin doch schon da. Hat das perfekt geklappt? Weiß gleich was er. Kevin? Mhm. Ja, ja. Alles gut. Müssen wir jetzt ja gerade durchlesen. Nooo. Sorry, war mein Fehler. Der Gegner hat's ge... Was hat der Gegner? Mein Red Buff geklaut. Na ja, was will ich denn draus? Ich bin jetzt einmal schon gestorben. Hab mein Red Buff nicht bekommen. GG. Nein, ich bin doch so ein Lappen. Oh Gott. Oh blöd. Ich schenk' ich dir einen Kill. Noch jeder da? Ja. Jo. Cool. Bei uns ist ein Wort im Busch. Wuhu. 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 Ich bin schon ein schlechter Trauma. Ich bin schon ein schlechter Trauma. Oh Mann. Es läuft ja schon wieder richtig für uns. Wuhu. 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 bei mir ist wie ich bin auch nicht bei dir ach komm wir haben vor den ulti Okay. Die Ulti war knapp. Du hast eine reine Benutzung. Äh. Ich brauche mich verdankst an ihn. Oh Bart macht gar nicht so schlecht Schaden. Ja. Ich komm da nicht hin Alex Tja, jetzt schon. Eigentlich war es schon eine gute Lösung, jetzt hat er in der Mitte die Kill gekriegt wie bei dem Support. Ja. Ja. Jetzt war es aber immer ein bisschen Damage, he? Ja. 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 Ich mach mich wieder. Wow, what the fuck? Ach, nee. Was war denn das? Nein, nee, nee, nee. Glauben. Oh, oh. Das war jetzt semi-gut. Oh Gott, das kenne ich. Der holt ihn sich ab. Na, nee. Ey, willst du mich warst? Das ist halt ihn genommen. Bettet mein Tau oder? Fuck. Aber das ist doch ganz verstehe ich es nicht. Manchmal wird sie gestanden, wenn sie trifft. Manchmal nicht. Der Tau ist weg. Sonst schützt nur das Float. Achso. Oh Alex ich bin nicht bei dir. Nein. Lauf, 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 lauf. Der Slowing. Ich habe 4 Sekunden habe ich Slow. Komm nicht hin. Hinter uns. Schirm. Geil. So kann man raus. Das ist halt lächerlich. Ich komme halt nicht an die hin. Machen. Warum muss er mir das mal wieder? Keine Ahnung du holst doch da rein. Ich meine die wäre schon geil gewesen, wenn die geholt hätten aber. So. Echt jetzt? Und dann hau's er ab. Und dann direkt verziehen. Ey Alter was ist das denn für ein ne? Der wann geht das nicht auf dem Tau? Ah. Ja weil da 1000 Minions sind. Warum ist denn eigentlich die Wii die ganze Zeit unten? Das kann. Ui. Er ist halt beide nicht da. Das finde ich jetzt aber scheiße. Ja ich bin mal wieder tot. Ach komm leck mich. Was haben die eigentlich gegen mich? Der Drache ist übrigens weg. Ey jetzt mich hat doch niemand den Tower geschafft. Ach du Scheiße. Ne die Rücken war dann da. Ja das war richtig schlecht. Da rein. Mittel Tower ist auch. Weg. Ne ich hab doch nicht. Hier rücken kommen, na ne die´s nicht. Da legt auch keine Stacks auf meinem Coo, tauch wenn die Wii und da unten ist. ich weiß gar nicht was du mit der clear rate war die ist schon wieder bei meinem red jetzt die aria noch unten ja ich glaube bad ist nicht so meins ich würde jetzt tipps geben aber ich habe keine ahnung hätte schon coole fähigkeiten aber irgendwie weiß ich auch nicht ich habe halt aus um meinen ulti nicht zum ranzi richtig zu beschützen irgendwie das e und das w sind komplett useless der kann doch stun ja du tut es auch nur hin und wieder mal bei uns ist halt ss hier kommt die dings griffen runter da war sie genau gemütlich zwischen tastatur und maus eine gute idee mit dem arschloch bei meiner arm hey oh oh ja mitte beschützen oder hansi der ist eh gleich down top label schützt habe ich eh angebracht das ist halt geil dass jeder scheiss charakter mich unterbrechen kann in dem fucking team wir sind gleich da da musst du mal das ist wirklich ja viel in der mitte du bist irgendwie kacke du bist du bist So wie das sahen sie? Ja die kommen zu unserem Blue Buff Oh ne Drake kommt gleich Sollen sie zu Marvin? Ach ja genau, ich habe überall ein Wort drin Geh drauf! Mit welchem Leben soll der draufgehen? Hinter euch kommt nochmal gefangen aber egal So lächerlich Bam! Ich habe alle gekriegt Super So bippen Nein, jetzt sterbe ich Ey, die waren gerade noch auf der Midlane, er weckt mich Ich bin so viel besser zusammen als wir Hehehe Kommen die alle zusammen Na 3 Stück zumindest Ich habe die Klausel in meinen Jungle, ist klar Ok Ich glaube Kevin ist besser gewesen, wenn ich nicht reingegangen wäre Hehehehe 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 Eeeh Oh 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 Ich probiere mal ob ich Riven 1v1 kann Glaube ich nicht Stimmt Ich glaube auch nicht Sicher Die Macht des Bartes Eieh Warum hast du da eigentlich eine Eier DINGEN Uhr? Eyyy Weil ich das in meinen Eier DINGS habe Ich bin ruhen Das ist Das ist immer ganz nützlich Oh Riven Kommt hoch Marvin ja komm sie hat angst sie hat angst die wartet auf den rest von ihr ja wahrscheinlich kommen wir auch ja kommen sie den ich auch schon ja das war so klar er hat sich richtig reviert dass du getroffen bist oh das war nicht einfluss er sich da zurück zu porten ist das eine scheißidee ok haju go 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 haju damage da war mir so klar Aleko wie da gewartet hat mit dir ja Kevin hat gesagt der kommt hey ich hab die missforscht und ich hab ihr Rolltie unterbrochen also will ich's hören wow ja gott sei dank dann haben wir sie auch überlebt ja ich hab das schon vor 10 minuten eigentlich nicht mehr so ernst genommen ja aber ja ich hab das schon vor 10 minuten eigentlich nicht mehr so ernst genommen ja aber ja kein wunder von dir und dir hallo ich hab immerhin Rüstung echt wo ja das blaue item wow 20 ja ist besser als nix ja haju das hat einem auch rein können he 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 ne schulden dann den Rest kriegen wir auch noch ja go mists ich komme nicht immer ansatzweise hinterher ja da ist so ein bisschen tower akku gewesen so da haben zwei weil ich kenne mal weiter auf rüstung bauen damit zieht die leute nicht beschweren jetzt können wir schon noch drehen ich sehe es auch schon ciao mal alex helft alex helft alex ja es passiert irgendwie öfters die haben irgendwie tausend mehr wort als wir aber ich habe ihn bekommen das kurzzeitig abkatschen das ist marvin nicht sterben schon davor das war zu spät er hat mich er übrigens aufgespottet Ach ja